Easy Go Es heißt, Rebellion fließen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Commander, wir haben ein Problem. Was gibt's, Husk? Die Explosion des Todessterns hat die Kombus beschädigt. Triebwerke ausgefunden. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Commander, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternenzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hass nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 muitos Janos und Herrn Brunner hier sarf rauskommt. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ionen Injektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander, Jäger im Anflug. Und Bomber! Die Corvus beschützen! Die hat keine Schilde! Die Bomber starten ihren Angriff. Die Bomber zerlegen die Corvus. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Hask, Statusbericht! Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Miko, wir schalten die Bomber aus. Die Triebwerke sind bereit, Commander. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Ist das eine Verrektatung? Sie ist in der Regel ein быendlich. So, ich muss es void sein. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Mikro zu Corvus. Ich bin direkt hinter Ihnen. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trop. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stil ausreißen. Sag mir, Aiden. Was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio. Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion. Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen teilen werden. Herr, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind doch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hask, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moth Ray. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Kommando, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moth Ray hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Der Weltkrieg wird drauf und fallen. Der Weltkrieg wird drauf und fallen.